UNTERTITELUNG Mit der Lüge nicht schwach! Ja! Ja! Musik 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 Schöne! Hat jemand von euch irgendetwas Tätiges gesehen? Du! Ich habe irgendetwas gesehen, da rumlaufen. Etwas rumlaufen? Ja. Von hier zu da? Von diesem hier auf die Bühne. Aha. Und er hat nicht gesehen, dass ich mit der Bühne... Spielen Sie noch in der Zwischenzeit noch mal etwas? Das geht gar nicht. Ich habe keine Reiche. 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 Musik 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 Vielen Dank. Et voilà! Dankeschön! Frau Gantenbein! Frau Gantenbein? Es ist unsere Nachbarkeit an die Böse, die wir gerade haben. Das ist ein voll krass cooles Stück. Das ist von Mozart mit M wie Mikro. Wenn ihr euch merkt, ist das ein Stück von der Böse. Cool, oder? Ich kann euch einfach vorstellen, dass vier Instrumente verschwinden. Ein Geigen, eine Bratsche, ein Cello und am Schluss nochmals ein Geigen. Und das? Und das? Ich muss nicht einfach hier in der Böse sehen. Ich habe eine Idee. Was können Sie singen? Singen! Ja, es gibt doch das voll coole Lied von der Kommissarin. Das kennt ihr doch, oder? Und da bin ich, die Kommissarin! Sind Sie bereit? Warte mal, warte. Jetzt bin ich bereit. One, two, one, two, three! Und da bin ich, die Kommissarin. Aber am Abend. Wenn ich allein bin, dann nehme ich das Mikrofon. Und es will ich in der Schau. Denn wenn ich kein Einbrach und es eben kein Lieber. Mit uns scheitern. Das ist ein böses Lieber. Ich leide mein Traum. Es ist ein guter und wunderbar. Irgendwann. Das ist ein guter verses. sideg So. Und das ist ein schönes Geschicht auf sacar. Das ist elektronische L Summit. Und das ist ein schönes Geschicht. Danke. Das war die Musik, das war die Welt, in den Frasch, das war die Zeck, das war die Zeck, das war die Zeck.